Willkommen zu der Podcast Show von Kevan Davani, The Total Connector, Total Bitcoin, Awesome Economics, der hardest und scarchesten Geld, der in der menschlichen Historie kreiert ist, Bitcoin. Herzlich Willkommen zu meiner Show, The Total Connector. Mein Name ist Kevan Davani. Es geht nur um Bitcoin, Total Bitcoin, totale Freiheit, totale Dezentralisierung. Und mein spezieller Gast ist heute Jörg Hermsdorf. Jörg, ich habe dich, herzlichen Dank zunächst einmal für deine Zeit und dass du auf meine Show kommst. Könntest du dir, danke schön, könntest du dich kurz vorstellen, wir haben uns am 3. Juni, richtig, auf der Value of Bitcoin Konferenz gesehen, mit einer, also mit einer Schar von Kapazund und Koryphäen auf ihrem Gebiet. Also wirklich eine sehr, sehr unglaublich spannende, fruchtbare Diskussion, die dabei herausgekommen sind. Und ja, würdest du dich mal kurz vorstellen und auch die Begrifflichkeiten oder den Titel deines Vortrags damals auch kurz erläutern, Sound Money Technology und alles, was damit verbunden ist. Dankeschön. Ja, also ich bin studierter Systemarchitekt, also Informatiker, habe mein Diplom, aber in der Architektur verteilter Systeme. Das ist so mein Steckenpferd oder mein Gebiet, mit dem ich mich schon lange beschäftige. Und ich bin auf Bitcoin aufmerksam gemacht, weil es bestehende verteilte Systeme, die ich davor untersucht hatte, wie BitTor und Tor, Knutella, Freenet und so weiter, erweitert hatte. Und da war ich zunächst sehr skeptisch, weil alle Systeme irgendwo immer so eine Achillesferse hatten. Und bei mir hat es fast vier Jahre lang gedauert, ehe ich angefangen habe, so Bitcoin im gesamten Ansatz. Also das Big Picture zu sehen und die Erklärung, warum Bitcoin so zuverlässig funktioniert und einfach nicht sterben und verschwinden will. Und dermaßen robust und resistent ist, liegt nicht im Software-Code, sondern woanders. Und viele sind da momentan vielleicht etwas irregeleitet und machen sich nicht die Mühe, etwas bis aufs letzte Bit oder ein System bis auf den letzten Steinen umzudrehen, um es zu verstehen. Und da hat irgendwann irgendwer behauptet, es ist die Blockchain, die das auch wirklich. Und die meisten plappern das momentan einfach nach. Und aus meiner Sicht stimmt das nicht. Also wenn überhaupt nur, ist die Blockchain ein kleiner Baustein in dem ganzen Konstrukt. Denn um es einfach zu sagen, eine Blockchain liefert mir erstmal nur eine in sich konsistente Datenstruktur, bei der Änderungen sofort auffallen. Das hilft mir aber überhaupt nichts, wenn ich jetzt mehrere in sich konsistente Kopien davon habe, die alle behaupten die Wahrheit sein oder alle behaupten, ich bin die relevante Kopie. Da hilft mir die Blockchain-Datenstruktur erstmal gar nichts. Weil ich habe das Problem, was davon ist das Richtige. Und mein Problem war, also das nennt man auch das Byzantien-Generals-Problem. Ich habe mehrere widersprüchliche Aussagen, die aber in sich konsistent sind. Und mein Problem war, dass ich vielleicht ein tiefes Verständnis für Internetprotokolle und Software hatte, aber keine Kenntnis der österreichischen Schule und der Spieltheorie. Deswegen musste ich dann erstmal relativ lange in dem Bereich Wissen aneignen und aufholen, um dann zu der Erkenntnis zu kommen, dass Bitcoin quasi das Byzantien-Generals-Problem auf eine völlig andere Art und Weise löst, wie alle Ansätze davor es versucht haben. Ich weiß nicht, ob ihr in dem Podcast hier schon mal über das Byzantien-Generals-Problem gesprochen habt oder ob das zumindest ein Begriff ist. Nein, aber ich würde das sehr schätzen, wenn du das vielleicht kurz erläutern würdest. Es ist angesprochen worden, aber sicher nicht, also schon gar nicht im Detail. Ja, das ist einfach das Problem, dass in einem verteilten System, also wo ich keine zentrale Instanz habe, die Konflikte löst, es ja passieren kann, dass einzelne Teilnehmer, weil nicht jeder mit jedem sprechen kann, bei einem verteilten System, unterschiedliche Aussagen machen oder Nachrichten verteilen. Das muss nicht unbedingt mutwillig sein, es passiert auch in Computersystemen, also byzantinische Fehler passieren. Und das Problem ist, das ist schon bei drei Teilnehmern, das kann man auf Wikipedia, wenn man auf den Wikipedia-Artikel sieht, sieht man die einfachste Form eines verteilten Systems, sind halt drei Knoten, Alice, Bob und Charlie. Und Charlie verschickt halt an Alice und Bob unterschiedliche Nachrichten und dann haben sowohl Alice als auch Bob wissen nicht, von wem kommt jetzt was. Also muss ich Alice glauben oder muss ich Charlie glauben? Und das Problem ist halt mathematisch schon alleine für drei Teilnehmern, also sind bei drei Teilnehmern nicht löstbar. Und alle Ansätze, also es sind 1982, glaube ich, formuliert worden, das Problem, das ist schon ein sehr altes Problem, und alle Ansätze, die es da gab, sind dann sehr komplizierte Protokolle und die immer nur unter den Annahmen, ja, wenn 80 Prozent der Teilnehmer gutwillig sind, dann funktioniert das. Aber es gab halt nie so eine wirklich gute, in der Praxis auch funktionierende Lösung. Also es wurde sehr kompliziert und selbst dann war es nicht perfekt. Und Bitcoin löst das halt über Sound Money, ja, indem es, hier ist das Stichwort, unforgeable costliness, also dass ich Kosten habe, die ich nicht, wie sagt man, unforgeable, also Kosten, die ich nicht behaupten kann, dass diese Kosten entstanden sind, sondern ich muss diese Kosten wirklich aufgewendet haben, was halt der Proof-of-Work-Algorithmus von Bitcoin ist. Und da kommt man natürlich zu dem Punkt, okay, wir haben jetzt hier eine Lösung, eine neue Lösung für das 40 Jahre alte Problem, aber es ist sehr teuer. Und wenn man das haben will, dann müssen diese hohen Kosten natürlich irgendwie gerechtfertigt sein. Das heißt, ich muss eine praktische Anwendung für dieses System finden, was diese Kosten wirklich rechtfertigt. Und wenn man sich da alle möglichen Probleme, die man da lösen könnte, anschaut, dann ist Geld eigentlich die naheliegendste und wichtigste Lösung. Also vor allen Dingen gesundes Geld, ja, denn das ist der alles überspannende Koordinationsmechanismus zwischen uns Menschen auf der Welt. Also Geld, insbesondere gesundes Geld, durchdringt Ländergrenzen, selbst Sprachgrenzen und Kulturen und ist halt das Mittel zum Zweck, wenn man sich nicht die Köpfe einschlagen will, sondern auf freiwilligen Handlungen, hat es ja auch den Professor Thorsten Polleit dann nach der Erwege auf Bitcoin-Konferenz im Podcast. Also das ist quasi die Handlungen Menschen untereinander, wenn die freiwillig sind, dass das zu den stabilsten Systemen führt, die wir kennen, auf lange Sicht. Und das ist wahrscheinlich die Antwort, warum jetzt das Thema Geld sozusagen das erste Problem ist, was man mit dieser technischen Lösung, die man da hat, lösen sollte oder auch kann. Wenn man das gelöst hat, kann man sich diese Lösung mithilfe des gesunden Geldes in alle anderen verteilten Systeme importieren, ohne das Rad ständig neu erfinden zu müssen. Und der Haken bei der Sache ist aber, dass das Byzantine Generals Problem nur für das System mit den höchsten Kosten gelöst ist. Wenn ich parallele Systeme habe, die den gleichen Lösungsansatz verwenden, dann haben die ja geringere Kosten und sind dadurch potenziell angreifbar durch das System mit den höchsten Kosten. Und da bin ich dann halt irgendwann zu dem Punkt gekommen, dass wir haben jetzt zwar Bitcoin als prominentesten Vertreter und auch das System mit den höchsten Kosten, das dieses Problem löst. Aber es muss ja nicht für immer so sein, dass dieser Markenname Bitcoin das jetzt für alle Zeiten ist. Aber dieses Feld gesundes Geld und die Technologie, die es braucht, um gesundes Geld den Menschen zur Verfügung zu stellen, dass das einfach eine Klassifizierung oder ein Wissenschafts- oder Forschungsbereich für sich ist, der momentan maßgeblich durch die Bitcoin-Community quasi finanziert und getrieben wird, weil alleine schon dem Selbstverständnis bewegt. Die Bitcoin-Community versucht sich, das System, was sie da haben an der Hand, momentan erstmal überhaupt selbst zu erklären und zu verstehen. Und das treibt halt auch diese Forschung im Bereich von Sound Money und Sound Money-Technologie. Sehr schön. Für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen oder auch Zuseherinnen, ich muss jetzt dazu sagen, du bist jetzt auch, das weiß ich aufgrund auch deiner, das was du schreibst, deiner Kommentare und deines Hintergrundwissens, du bist auch ein Kenner der Austrian Economics und ich weiß, wie du weißt, mein Podcast ist ein edukatives Tool, ein Mittel, besonders auch für Einsteiger. Wo siehst du, Jörg, die Herausforderung oder die kognitive Dissonanz bei den meisten Menschen? Es ist komplex, ja. Ich denke aber auch, man kann es auch simpel machen und simpel halten, wenn es um die essentiellen monetären ökonomischen Prinzipien geht und um die Fragen überhaupt zu verstehen, warum Bitcoin. Und deshalb finde ich auch toll, was du da machst, weil du bringst so viele Disziplinen ja auch noch dazu, deine spezialisierte Hintergrundausbildung oder dein Forschungswissen mit dem monetären ökonomischen Prinzip von Austrian Economics irgendwie zusammen. Also es geht wirklich darum, das ist aber auch der Titel meiner Show, The Total Connector. Ich maße mir da auch nicht da an, irgendwie für alles ein Experte zu sein und deshalb habe ich Experten oder Expertinnen wie dich, die ja unseren Zuhörern einfach helfen, das zu verstehen. Es geht um diese Verstehensprozesse. Warum Bitcoin? Ich würde genießen, warum Bitcoin für unsere Gesellschaft, für unsere Zivilisation, für ein logisches, ethisches Fortkommen oder für die Prosperität? Wozu brauchen wir das? Also man könnte jetzt mal den Namen Bitcoin ausblenden und sagen, wir brauchen gesundes Geld und wir hatten gesundes Geld. Also aus meiner Sicht war die, ist das die, was die größte Suche des Menschen, seitdem es ihn gibt, den Homo sapiens, die Suche nach gesundem Geld, weil er hat irgendwann festgestellt, der Mensch, dass er alleine nicht alles haben kann, weil seine Lebenszeit begrenzt ist und so eine andere zur Zusammenarbeit braucht. Das unterscheidet ihn vielleicht von Tieren, wie der Luchs, der alleine durch die Wildnis streift und halt sich immer nur ernähren kann und am Leben bleiben kann, aber halt nicht sich weiterentwickeln kann. Und wenn man sich dann entscheidet, in so eine arbeitsteilige Gesellschaft zu gehen, dann gibt es da halt verschiedene Möglichkeiten, entweder über Zwang, Sklaverei zum Beispiel oder Dominanz hatten wir schon mal, aber all diese Systeme haben festgestellt, dass sie dann gegenüber, wenn ein anderes, ein freieres System parallel dazu existiert, dass selbst die Herrscher in so einem unter Zwang kontrollierten System weniger haben als der Durchschnitt in einem freien System. Weil einfach die freiwillige Zusammenarbeit die größte Produktivität für alle gibt, nicht nur für die, die die Kontrolle haben. Und da brauche ich natürlich ein Tauschmittel für meine Arbeitszeit an dieser anteiligen Arbeitsgesellschaft, was gesund ist, also gesund für mich selber in erster Linie, was seine Kaufkraft behält, wo ich mir Zeit lassen kann für meine Entscheidungen, dass ich diesen Wert in die Zukunft transportieren kann. Und wenn ich nicht gezwungen bin, das sofort wieder auszugeben und dann aber wieder vor dem Problem stehe, wo bekomme ich das, was ich ausgegeben habe, wieder zurück, noch mehr arbeiten. Und das führt zu ungesunden Entscheidungen, genauso wie vielleicht Fast Food, also schnelles Essen, auch zur ungesunden Lebensweise führt auf Dauer. Und deswegen finde ich diesen Begriff, Sound Money, auch wenn er, glaube ich, im Deutschen nie geprägt wurde von Mises, sondern erst in seiner Zeit in den USA, in seiner Habitulationsschrift, der erst später hinzugefügt wurde, der vierte Teil, ein komplettes Kapitel eigentlich zu Sound Money oder zwei Unterkapitel zu Sound Money. Obwohl er Deutscher war, dass es diesen Begriff halt im Deutschen nicht gab. Und wir uns jetzt erst rückwirkend 60, 70 Jahre später erarbeiten müssen, was dann im Deutschen Sound Money bedeutet. Und wenn man sich da halt den Menschen anschaut, dann war seine Suche nach gesundem Geld so eine Odyssee durch das Periodensystem der Elemente. Das waren mal Muscheln, also Kalk, Kalk basiert. Dann hatten wir mal wieder Salz, Salze, die alles gelte. Es gab auch Salzgelder, bis man dann irgendwann zu den Edelmetallen gekommen ist, aus einem bestimmten Grund, die halt chemisch stabil in Luft und Wasser sind und da über die Jahrhunderte so gut wie kein Atom verloren geht. Und aber halt auch verteilt auf der Welt vorhanden. Es gab nicht diese eine Silberquelle oder diese eine Goldquelle, die man physisch besetzen konnte. Und dann da halt nur der einzige Geldhersteller war, sondern war halt immer irgendwo verteilt vorhanden. Und deswegen steckt, glaube ich, Sound Money, was das ist, irgendwie in uns allen drin. Und diese Suche danach, das gesündeste Geld zu haben oder zu finden, das ist so eine Suche, die in allen Menschen drinsteckt. Deswegen können auch viele, wenn sie dann zum ersten Mal davon hören, weil wir jetzt fast 100 Jahre lang kein Sound Money wirklich in unserer Welt zur Verfügung hatten, zur Verwendung hatten, so gut damit das Verstehen oder damit resonieren. Vielleicht, um das so mal zu sagen. Und das Problem von Gold, was dann ja schlussendlich zumindest mal für 100 Jahre das weltumspannende Sound Money war, das alle verwendet haben. Das beschreibt ja auch Seife-Diener-Moos in seinem Buch sehr gut, dass das eine Zeit von sehr viel Entdeckung, Entwicklung, Forschung war. Wenig, wenige Kriege, weil es halt diese Koordinationsfunktion unter den Menschen hat und dafür sorgt, dass jeder halt sich seine Stärken suchen kann und sich darauf konzentriert und als Gegenleistung Sound Money bekommt. Aber Gold hatte ein bisschen das Problem, dass es dann mit der Informationstechnologie nicht mithalten konnte. Nämlich, als wir die Fernkommunikation oder die Funkwellenkommunikation entwickelt hatten, konnten Informationen plötzlich viel, viel schneller sich bewegen als das zugehörige, gesunde Geld. Und also bis davor, wenn ich mit einer Postkutsche gefahren bin, konnte ich dann mit Informationen, also einen Brief mitschicken und auch mit Sektion Gold. Das war ungefähr gleich schnell die Geschwindigkeiten dieser Medien da. Und mit der Fernkommunikation war halt das aufgebrochen, wo Gold vermutlich dann nicht mehr zeitgemäß war. Und so ein bisschen seine Funktion verloren hat. Und da fehlt die Technologie, die Sound Money quasi an der anderen Seite auf die nächste Ebene helfen kann, was das Informationszeitalter betrifft. Du hast ja in deiner Präsentation auf der Value of Bitcoin Conference 2019 in München eben über die, es ist ja so, wir wissen ja beide oder die meisten von uns, glaube ich, wissen, dass das Dilemma steckt ja auch darin, dass vor allem jetzt in Ländern, wie auch in Österreich oder in Deutschland, sondern also dieser konditionierte Widerstand, immer diese Reaktion darauf, naja, was mache ich denn mit Bitcoin? Ich kann ja nicht meinen Kaffee damit bezahlen. Also diese sprichwörtliche, es ist ja quasi kein Tauschmittel. Würdest du ein bisschen darauf eingehen, so die, erstens mal, würdest du mal übereinstimmen, dass wir gerade in einer unglaublichen monetären Evolutionsphase von Bitcoin sind, von einem Store of Value, also Wertaufbewahrungsmittel, Wertanlage, hin zu Richtung Tauschmittel und dann Verrechnungseinheit. Und das war ja auch irgendwo einer der Kernpunkte in deiner Präsentation, die monetären und die nicht monetären Use Cases oder die, wie sagt man, die Verwendungsfälle. Verwendungsfälle, genau, danke. Und meinst du, dass es Menschen gibt, die sich auch gar nicht mal vorstellen können, wie es in einem ökonomischen Netzwerk sein könnte, auf der monetäre, ich nenne das die monetäre Wurzelbeschichtung von Bitcoin. Also wie könnte die Zukunft aussehen, monetär und nicht monetär? Ist das, ist die Frage irgendwie, ich weiß nicht, warum ich, okay. Das sind ja sehr viele Fragen. Also zum einen hast du gefragt, in welcher Phase wir uns befinden. Ich glaube, wir befinden uns in allen vier Phasen in der Geldwerdung gleichzeitig. Also ganz viele Menschen, die verstehen erstmal überhaupt nur, okay, Bitcoin ist etwas, das gewisse Menschen da draußen haben wollen. Also es ist die Collectible-Phase. Also jedes Geld, wenn man sich die Vergangenheit von Geld anschaut, das hat, glaube ich, Nick Sabo auch besonders gut herausgearbeitet, ist das als erstes mal irgendjemanden geben muss, der das behalten will. Der es nicht wie Gras oder Wasser einfach sagt, ja, ich habe dafür zumindest nicht mal einen Sammelwert. Und erst wenn das viele Menschen machen, dass sie sich auf das gleiche Sammelobjekt geeinigt haben und es dann noch möglichst liquide ist, also gut zusammenführbar oder auch teilbar, dann kann sich sowas wie ein Wertspeicher da entwickeln. Also vor allen Dingen ein praktischer Wertspeicher, sowas wie eine Mona Lisa. Das war vielleicht auch ein guter Wertspeicher, weil es einzigartig ist, aber halt nicht liquide, nicht gut teilbar. Und also wir befinden uns auf jeden Fall schon mal in diesen zwei Phasen global gesehen. Die einen, die sehen das immer noch nicht, noch nicht mal als Wertspeicher, sondern erkennen nur an, dass es andere gibt, die das als Collectible, also als Sammelstück empfinden. Dann gibt es Menschen, die schon eine Phase weiter sind und das schon in gewisser Weise als Wertspeicher betrachten. Und dann gibt es ein paar, vielleicht ein paar hunderttausend von den Bitcoinern auf dem Planeten, die es wirklich schon als Medium of Exchange auch benutzen oder benutzt haben. Nicht immer, aber vielleicht manchmal, aber vielleicht nur eine Handvoll, also wirklich ganz kleiner Kreis, die es schon in der letzten Stufe benutzen als Rechnungseinheit, als Unit of Account. Und da würde ich jetzt vielleicht mal sowas wie die ersten Lightning-Experimente, die Satoshis-Plays oder andere Dinge betrachten, die ja quasi das schon in Satoshis bepreisen. Also die wirklich sich nicht dafür interessieren, was ist jetzt der Wechselkurs zwischen meiner lokalen Fiat-Währung und Bitcoin. Sondern ich habe hier eine, wenn es auch in der ersten Phase erstmal nur ein Experiment ist, aber ich habe hier etwas geschaffen, wo der Preis in Satoshi festgelegt ist, unabhängig vom Wechselpreis. Und deswegen befinden wir uns global gesehen in all diesen vier Phasen dort. Also vielleicht hat es das auch noch nie gegeben, dass das wirklich so parallel gleichzeitig alles stattgefunden hat in unterschiedlichen Ebenen. Das ist vielleicht jetzt erstmal das eine und wo ich glaube, dass es zuerst zu dieser monetären Revolution kommen wird. Also in den letzten Phasen ist im Internet, weil im Internet haben wir momentan die künstliche Spaltung. Also wir haben zwar dieses globale transnationale Netz für den Informationsaustausch, aber um dann wirklich damit etwas Sinnvolles zu machen, muss ich fast, wenn ich eine globale digitale Dienstleistung anbieten will, in 180 Ländern präsent sein und dort einen Bankaccount haben, um dann mit den Menschen dort Geschäft machen zu können. Und das führt halt wieder zu dieser Spaltung. Das sieht man dann auch bei Zahlungsdienstleistungen, Sätzen wie PayPal, die das Problem der Verwendung eigentlich ganz gut lösen. Selbst die dann sagen können, ja, Türkei, sorry, können wir zurzeit leider nicht anbieten. Und alle, die dann diese Dienstleistung quasi auf Basis von PayPal Menschen zur Verfügung stellen wollen, scheitern dann halt immer an dieser monetären Grenze. Und auch an den Transaktionskosten. Also in allen anderen Finanztransaktionsnetzwerken haben wir nicht solche Transaktionskosten wie im Lightning-Netzwerk momentan, was ja gewisse Anwendungsfälle ausschließt. Ich sage das manchmal Leuten so, das ist ein bisschen vergleichbar, wie das Problem, was Amazon gelöst hat. Bis dahin konnte sich niemand vorstellen, dass man alles anbieten kann. Jeder Buchhändler musste sich immer, musste immer so ein bisschen spekulieren, sagen, das Buch, das wird keiner kaufen, wenn ich mir das in meine Verkaufsfläche stelle. Das sind einfach die, der Platz, der dadurch weggenommen wird, von diesem Buch, was nur einmal im Monat verkauft wird, das sind die Kosten für mich zu hoch. Also ich kann diese Verkaufsfläche besser nutzen. Und das hat natürlich so eine Schwelle definiert, was maximal möglich war. Aber Amazon konnte natürlich und auch andere, die es probiert haben, sagen, wir bieten erstmal alles an, weil wir haben unendlich Lagerfläche, unendlich Verkaufsfläche. Und das ist so ein bisschen die Transaktionskostengrenze, die jetzt mit Lightning auch wegfällt, wo sich kaum jemand vorstellen kann, was da für Anwendungsfälle plötzlich dahinter kommt, wenn das passiert. Und deswegen glaube ich, dass diese Revolution zuerst im Internet stattfinden wird, dass wir dort jetzt die ersten Anwendungsfälle sehen, die sich das zunutze machen können und wirklich global Dienste anbieten können. Und der Vorteil von der Streaming-Money-Technologie, die Lightning zum Beispiel erlaubt, das habe ich ja auf der Value of Bitcoin-Konferenz kurz angerissen, ist, dass wir dadurch Geschäftsbeziehungen im Internet erlauben können, die keine Verträge mehr davor erfordern. Also wo das Onboarding sozusagen extrem schnell gehen kann, weil wenn ich einen Dienst finde in diesem großen weltweiten Netz, das mir gefällt oder im Moment einen Nutzen verspricht, dann kann ich es einfach nutzen, indem ich einen Money-Strom sozusagen in diese Richtung starte und bekomme einen Datenstrom auf der gleichen Leitung quasi sofort zurück, ohne dass ich vorher ein Formular ausfüllen muss, sagen muss, wer ich bin und warum. Weil beide Geschäftspartner oder beide Teile des Geschäftsbeziehungen bekommen sofort, was sie wollen. Der eine bekommt Sound Money, also echtes, gesundes, hartes Geld und der andere bekommt im Gegenzug, das ist die Daten, die er möchte. Und wenn der Geldstrom zum Anliegen kommt oder der Datenstrom zum Anliegen kommt oder die Qualität nicht stimmt, kann jeder sofort die Geschäftsbeziehung beenden, ohne dass man dann sich erst in einem anderen System streiten muss, wer was bekommt. Also das Risiko, das Counterparty Risk kann dadurch so enorm minimiert werden, dass wir eigentlich keine Verträge mehr brauchen, sondern der Vertrag ist in dem Moment, wo der Geldstrom fließt und der Vertrag ist zu Ende, wenn kein Geld mehr fließt, ohne dass ich den anderen kennen muss. Wow, das klingt total spannend. Was würde denn, glaubst du, also nehmen wir mal an, es geht wirklich mit einer Geschwindigkeit, ich meine, es ist ja unglaublich, wie diese Technologien jetzt voranschreiten, eben beginnen mit Lightning Network und verschiedenste Unternehmen, die jetzt spezialisiert daran arbeiten. Was glaubst du, was würde denn obsolet werden oder welche Tätigkeiten, Tasks oder Berufe müssten sich quasi anpassen an diese neuen Gegebenheiten? Ich glaube einfach, dass sich viele Menschen danach gar nicht vorstellen können, diese beschleunigte Evolution auf so verschiedenen Ebenen und Strukturen. Also du sprichst was an, was vielleicht in ein paar hundert Jahren, also jetzt mit dem Beginn von Bitcoin, wenn es denn Bitcoin bleibt, vom Namen her, vielleicht sowas wie so ein Meilenstein der Evolution betrachtet werden könnte. Also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem ersten Moment, wo sich der erste Fisch entschlossen hat, mal an Land zu gehen. Also dieser Punkt, wo das Leben vom Wasser aufs Land gewandert ist, das könnte sich vielleicht sogar, ich weiß nicht, wer das kennt, als die Geburtsstunde des Homo Deus herausstellen, also der Nachfolger des Homo Sakiens. weil wenn dieses Byzantin-Generals-Problem jetzt auf eine verteilte Art und Weise gelöst werden kann, dann löst das unser, der Ansatz, wie wir Vertrauen benutzen oder das Vertrauensproblem auf eine völlig neue Art und Weise, wie wir das bisher gemacht haben. das Stichwort ist ja die Dunbar-Zahl. Ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die Dunbar-Zahl. Nein, bitte, erklärs mir. Also das ist von dem Herrn Dunbar oder Dunbar, der in den 90er Jahren Untersuchungen zwischen Säugetieren gemacht hat, was die Größe des Neokortex, also unseres Gehirns, angeht und zu der Anzahl an stabilen sozialen Beziehungen in der Gruppe von Säugetieren und hat halt herausgefunden, dass die Gehirngröße wirklich proportional zur Anzahl der sozialen Beziehungen, die man gleichzeitig aufrechterhalten kann, steht und da ist der Mensch halt an der Spitze dieser, weil wir das größte, verhältnismäßig das größte Gehirn haben. Also die meiste Rechenpower brauchen wir, um unsere sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten und die Maximalkapazität bei Menschen liegt da ungefähr bei 150. Also das kann jeder mal sich überlegen, was die 150 wichtigsten Menschen in seinem Leben sind. Das ist schon eine sehr große Zahl und die sind natürlich dann in verschiedenen Abstufungen. Also man hat so die fünf engsten Familie und Freunde und dann der weitere Kreis bis zu 35 Personen und danach wird es dann immer so, wo man dann irgendwann an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, den Menschen, ja, ich erinnere mich dunkel, aber ob der mir jetzt gut gesinnt oder böse gesinnt ist, ich kann das nicht sagen und das führt halt dazu, dass solange die Gruppengröße kleiner als 150 Personen funktioniert das mit diesen sozialen Bestrafungs- und Belobungsmechanismen, die wir entwickelt haben. Also da gibt es ganz andere Dynamiken. Aber in einer Gruppe von 150 Personen kann ich natürlich so etwas wie eine internationale Raumstation nicht entwickeln und dafür brauche ich ein anderes Mittel und das haben wir halt über Geld und über Hierarchien gelöst, ja, das Vertrauensproblem und was wir jetzt aber mit gesundem Geld und mit dem Internet machen können, ist, was schon seit 50 Jahren eine Organisationsform ist, die in der Theorie existiert hat, aber in der Praxis nie so richtig und das ist die Organisationsform der Adhokratie, also es kommt vom Lateinischen Ad hoc, was im krassen Widerspruch zur Bürokratie steht, dass wir in der Adhokratie finden sich einfach Menschen spontan zu einem bestimmten Zweck zusammen, um diesen Zweck zu lösen und wenn dieser Zweck gelöst ist, kann sich die Adhokratie auch wieder auflösen und das ist eine sehr schlanke Organisationsform, weil alle Teile, die da mitwirken, sind wertschafend. Also es gibt keine nicht wertschaffenden Verwaltungsinstanzen oder Verwaltungsteile davon und vielleicht ist das jetzt im 21. Jahrhundert dieser gesellschaftliche Wandel hin zu praktischen Adhokratien, die bisher nur im Kleinen funktioniert haben. Also ich denke jetzt mal vielleicht an einen Junggesellenabschied oder eine Geburtstagsparty, da finden sich auch schnell welche zusammen, ohne dass da jetzt einer vorher als der Bestimmer gewählt werden muss. Es dient einem Zweck und kann danach aufgelöst werden und Bitcoin ist die erste funktionierende Adhokratie, die aber durch den Markt quasi in die Richtung bekommt. Also obwohl es da keinen Führer, keinen Bestimmer gibt, entscheidet der Markt, was im Moment wichtig ist. Ist es eher Infrastruktur oder ist es Benutzerfreundlichkeit? Also der Markt zwingt da alle Teilnehmer, obwohl es halt diesen einen Führer nicht gibt oder das Konsortium, sich am Markt zu orientieren, um den Wert dieser Adhokratie maximal zu halten und das gibt quasi die Richtung vor und das ist vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert dieser Wandel, dass sich vor allen Dingen jungen Menschen damit beschäftigen und hinterfragen, ob die Bürokratie, wie wir sie kennen, noch die zeitgemäße Form, weil die Adhokratie deutlich weniger Kosten verspricht und dadurch effizienter ist. Und um auf die Essenz zu kommen, es geht dann, ich glaube schon, das muss man immer mal verstehen, es geht um die Dezentralisierung. Also weg von unglaublich zentralisiert, kontrolliert, obsessiv kontrollierten Strukturen hin zu wirklich zum ersten Mal, wie würdest du das definieren? Ich versuche immer so das Zentralisierung, Dezentralisierung, wie kann man das irgendwie visualisieren oder anders formulieren für die Durchschnittsmenschen? Also wer sagt, es geht um die Dezentralisierung, da fehlt ein bisschen die Erklärung, warum. Also nur, weil das ein schöner Begriff ist, ist Dezentralisierung nicht das abstrebenswerte Ziel. Es ist einfach, dass wir in einer großen Gruppe von mehreren Milliarden Menschen jetzt festgestellt sind, dass die Systemschwächen eines zentralen Systems mit der Zeit irgendwann ausgenutzt werden und wenige Profiteure davon gibt und sehr viele Verlierer. Und das führt dann zu keinem stabilen System, weil irgendwann ist dieser Widerstand, diese Unterschiede dann so groß, dass ein zentrales System alle paar hundert Jahre immer wieder kollabiert. Und dann hatten wir aber bisher nur den Ansatz, wir probieren es nicht dezentral, weil uns fehlt die Technologie, sondern wir müssen es wieder zentral machen, weil wir wollen nicht zurück zu diesen vielen kleinen Gruppen von maximal 150 Leuten, die dann sonst nichts miteinander zu tun haben, dass der derjenige, der am lautesten geschrien hat und die beste Idee hat, das nächste zentralisierte System gebaut hat. Und was die Dezentralisierung verspricht, dass es auf lange Sicht wirklich stabil funktionieren kann. Ich glaube, das ist der Gedanke dahin war. Faszinierend. Jörg, du hast sicher eine Meinung dazu, wie gesagt, wir brauchen jetzt keine Vorhersagen oder politische Analysen, aber du hast sicher da auch von, wir bekommen jetzt Expertenmeinungen und Artikel geschrieben von Thorsten Polleit, Markus Krall, mit dem ich auch Interviews geführt habe, mit dem Daniel Wingen und so, was sich da makroökonomisch, geopolitisch abspielt. Also überhaupt die ganzen Events, im Kleinen, Großen, rausgezoomt. Denkst du, dass diese Prozesse, die da gerade stattfinden, wie das auch immer jetzt sich entwickeln wird, vielleicht schlittern wir wirklich nächstes Jahr in eine Rezession hinein, dass all das, woran du jetzt auch arbeitest, also forschungsmäßig oder auch in der Praxis, dass diese Prozesse beschleunigt werden dadurch, also im guten, im positiven Sinn? Ich glaube, die Prozesse würden auch ohne Bitcoin oder ohne die in der Geschwindigkeit ablaufen. Also vermutlich stehen wir jetzt so langsam wieder am Ende einer Ära und vielleicht haben wir das Glück, dass die nicht so destruktiv wie die Geschehnisse davor, also wo immer eine Ära sich dem Ende zugemeigt hat und es dann zu großen Verwerfungen kam und dass wir halt kurz davor sind oder vielleicht zum Teil Alternativen haben, die einen sanfteren Übergang erlauben. Also ich glaube jetzt nicht, dass das dadurch beschleunigt wird, weil die Systemprobleme sind da. Ja, ich glaube, das Schlüsselwort war Übergang und ich glaube, das ist das Schlüsselwort beziehungsweise das ist wirklich der Schlüssel ist, wir wollen ja, wir wünschen uns ja, also ich wünsche mir auch irgendwie keinen Crash oder Chaos oder Panikattacken, es geht um wirklich um die Transition, um diesen Übergang und jetzt haben wir die Technologie, jetzt haben wir Bitcoin, jetzt haben wir, ich meine, jetzt wird sogar an Systemen gearbeitet, wo irgendwann mal sogar das Internet und also Internet oder Stromausfall nicht einmal ein Problem werden könnte, weil vielleicht durch lokale Mesh-Netzwerke, Radiosignale, Satelliten weiterhin Bitcoin-Transaktionen möglich sein würden, wie siehst du das? Hast du eine Vision, wie sich das jetzt abspielen in den nächsten Jahren? Das ist schwierig zu sagen, es gibt natürlich eine Vision, auf die jeder zuarbeitet, weil jeder hat irgendwie seine eigene Vorstellung der Zukunft, also nicht jeder, aber ich kenne viele Menschen, die ihre eigene Vision haben und natürlich alles tun, dass diese Vision eintritt und was du ansprichst, ist halt, dass wir jetzt erstmal das grundlegende Koordinationsmechanismus, den wir haben und das Geld, dass wir denen wirklich, dass wir dort Alternativen zur Verfügung stellen und deswegen finde ich auch den Begriff Sound-Money-Technologie da ganz gut, weil für diejenigen, die mit Bitcoin nicht viel anfangen können, weil sie schon vielleicht zu alt sind, um jetzt dort nochmal diesen Schritt zu machen, und für die kann auch Sound-Money wieder was sein, zurück zum Gold und auch dort können vielleicht neue Lösungen gefunden werden, dass Gold für gewisse Menschen noch ein bisschen besser verwendbar ist, als wie es jetzt ist. Also all das kann in unserem Begriff Sound-Money-Technologie vereint werden und ich glaube, was wichtig ist, dass man erkennt, dass das jetzt vielleicht eine Forschungsrichtung oder eine neue Ingenieurs-Disziplin auch ist, die in die Zukunft gerichtet ist, weil selbst wenn wir jetzt gutes Sound-Money momentan haben, sehen wir am Beispiel vom Gold, können andere technologische Entwicklungen dazu führen, dass das Sound-Money, was man aktuell hat, obsolet wird. Deswegen muss die Sound-Money-Technologie halt immer etwas in die Zukunft schauen und abschätzen, wie weit neue technologische Entwicklungen in anderen Bereichen Einfluss auf Sound-Money in der Gegenwart haben könnten und entsprechend da schon Lösungen entwickeln für die Zukunft, damit dann in der Zukunft auch immer noch die Auswahl zur Verfügung steht. Weil Sound-Money ist nichts, was irgendjemand allen diktiert, sondern das muss jeder für sich entdecken und jede Generation für sich neu finden und wenn man in so einer Zeit, wie wir aufgewachsen sind, wo halt keine Alternativen zur Verfügung stehen, dann verschwindet auch das Wissen darüber und die Systemprobleme werden immer gravierender und wenn man das aber kontinuierlich vorausdenkt und immer Lösungen entwickelt, dann steht auch für alle Generationen immer mehrere Alternativen vielleicht zur Verfügung und wie das jetzt für uns in den nächsten 15, 30 Jahren abläuft, wie gesagt, ich glaube, die Revolution kommt übers Internet zuerst, das ist die junge Generation, die ihre digitalen Dienstleistungen auf diese Art und Weise nutzen und dadurch den Zugang bekommen, dann in diesen Bereichen arbeiten, vielleicht ein Großteil ihres Einkommens dann auch über Sound-Money, über Bitcoin, Lightning, wie auch immer empfangen und dadurch der Bedarf der jungen Generationen jetzt in die Legacy-Systeme noch großartig einzusteigen, geringer wird und dass das vielleicht diese sanfte Übergangsform ist, weil die jungen Leute sind auch sehr flexibel, wo sie ihr Leben verbringen und können mit ihren Füßen abstimmen, sozusagen und das ist halt in diesen Wettbewerb der Systeme natürlich gravierend, wenn die junge Generation abwandert in ein System, wo es mehr Freiheiten, mehr Möglichkeiten gibt und sie quasi ihr Geld mit sich nehmen können, ohne dass sie da gefangen sind in gewissen Bereichen. Also Mises hat dazu auch relativ viel geschrieben zu dem Wanderungsproblem, wen das interessiert. Gut, zum Abschluss, Jörg, magst du ein bisschen über deine Projekte, deine Forschungsprojekte oder woran du jetzt gerade arbeitest oder irgendwelche Herausforderungen, Challenges, die vielleicht von Relevanz sein können oder von Interesse sein könnten, mitteilen? Also wir arbeiten zurzeit am Thema Timestamping. Die Bitcoin-Blockchain ist ja quasi die größte Timestamping-Maschine, die der Mensch eher erfunden hat. Also um das Double-Spending-Problem zu lösen, muss sich ja vorher die Blöcke und Transaktionen in eine zeitliche Reihenfolge bringen. Deswegen spricht das White Paper da auch von Timechain, nicht von Blockchain. Und da Bitcoin aber programmierbar ist und programmierbar das Geld, taugt das nicht nur für Transaktionen, sondern für beliebige Daten. Und ich glaube, das ist was, was viele Industrien und Institutionen gebrauchen können, dass sie Daten vertrauenswürdig Timestampen können und vor allen Dingen zu geringen Kosten. Und das ist das Hauptaugenmerk, wo wir zurzeit eine Lösung entwickeln, um die am Markt anbieten zu können. Das andere, was ich sehe, ist aber noch etwas weiter weg, wo ich mich jetzt im Prinzip erstmal nur in der Theorie damit beschäftige, ist der Internetzugang über Lightning. dass ich jetzt keinen konkreten Vertrag mehr brauche, sondern wir eine dezentrale Infrastruktur haben, wo es viele Hotspot-Anbieter zum Beispiel im WLAN-Bereich gibt, die sagen, ich stelle das jetzt nicht nur in einer geringen Bandbreite altruistisch zur Verfügung, sondern sehen, dass sie direkt gegen Sound Money Internetkonnektivität zur Verfügung stellen können und das hatte ich auch in der Way of Bitcoin Konferenzpräsentation gezeigt, dass die satellitenbasierten Highspeed-Zugangs Verbindungen, wie sie von SpaceX, von Amazon und von Bon App jetzt gerade ausgerollt werden und in den nächsten Jahren kommen, das ist natürlich die Frage, die Satelliten bewegen sich mit einer enorm hohen Geschwindigkeit und es nützt mir nichts, dass ich immer nur die Satelliten in dem Moment monetarisieren kann, die gerade sich über Deutschland oder über Kanada, weil ich dort die Zahlungssysteme habe und die fliegen aber auch über Venezuela hinweg und über Nordkorea und in der Zeit sind die eigentlich tot für mich als Anbieter, wenn ich mit den Menschen doch keine Geschäftsbeziehung habe. Da habe ich nur zwei Möglichkeiten, entweder schicke ich ein Verkaufsteam in diese Länder und versuche irgendwie mit diesen Despoten da einen Deal zu machen, dass die mich gewähren lassen, wenn ich die Prozententeil von meinen Umsätzen abgebe vielleicht oder ich akzeptiere einfach das Geld, was auf diesem Netzwerk sich bewegen kann und überlasse das Problem den Menschen. Der Bedarf Highspeed-Internet wird weltweit, der ist vorhanden sozusagen. Jeder Mensch will an dieses Informationsnetz angeschlossen werden, weil es halt so viele Vorteile für alle bringt und die Menschen werden Möglichkeiten finden, schon alleine um Highspeed-Internet Zugang zu bekommen, wie sie da an dieses gesunde Geld rankommen, wo sie einen Teil davon im Gegenzug für einen sinnvollen, wertvollen Dienst abgeben können und das sind natürlich die User-Experience, die man da entwickeln muss. Es ist natürlich spannend, dass das auch in der Massen und der Praxis gut funktioniert. Das sind jetzt vielleicht so zwei große Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige. Wow, sehr spannend. Ja, Jörg, also ich habe unglaublich viel gelernt und ich bin mir sicher meine Zuhörer und Zuhörerinnen auch. Hast du noch irgendwelche abschließenden Gedanken oder Wünsche oder wo du denkst, ja, das sollten sich unsere Zuhörerinnen näher anschauen oder durchlesen? Ich werde da auch sowieso deine Artikel und deine Links... Bist du auch auf Twitter oder magst du vielleicht sagen, wo man dich am besten erreicht oder wo man dich findet? Ja, das schicke ich dir noch, dass du es dann verlinken kannst, wo ich auf Twitter da zu erreichen bin. Ich würde sagen, das Wichtigste ist jetzt, wir befinden uns in so einer Phase der Aufklärung, also wo die meisten Menschen erstmal überhaupt lernen müssen, was gesundes Geld ist, was auch nicht Money ist, welche Eigenschaften das sind und für sich da das Beste finden, dass es wirklich nicht von jemandem gezielt einprogrammiert oder aufgezwungen wird und es eine freie Entscheidung ist und wenn jeder sich frei entscheidet für das beste Geld, dann kommt dann eine sehr gesunde, stabile Gesellschaft hinten raus, weil dieses Argument, dass wir nur ein Geld, also alle müssen sich auf ein Geld einigen, wenn es etwas gut funktioniert, das ist einfach nicht wahr. also über Tauschbörsen zwischen verschiedenen Geldern kann auch eine Gesellschaft funktionieren, wo sich jeder für das Geld entschieden hat, was für ihn momentan am besten funktioniert und man da die Wechselkurse davon hat, also dass jetzt alle auf ein Geld gezwungen werden wird, weil das viel besser und produktiver ist, das steht, glaube ich, dem in einer gesunden Gesellschaft, wo sich jeder für das Geld entschieden hat, was für ihn am besten ist, in keiner Weise im Vorteil. Deswegen ist das, glaube ich, das Wichtigste, was auch du mit deinem Podcast machst, ist jetzt auch mal die Ausklärung über Sound Money oder gesundes Geld und die Praxeologie, also die österreichische Schule, die ja die Ausprägung davon ist, mit der man einen, wie es Polleit sagt, einen Kandidaten, einen Sound Money Kandidaten auch wissenschaftlich überprüfen kann, bevor man es ausprobiert. Also jeder, der jetzt sagt, er macht Sound Money, muss sich natürlich der Praxeologie stellen. Das ist ein bisschen wie der Genesis Block in Bitcoin wird durch Proof of Work geschützt vor Veränderungen und der Begriff Sound Money wird durch die Praxeologie geschützt. Nur Praxeologie auf gut Deutsch heißt das Studium der menschlichen Aktion, Interaktion, richtig? Oder ist das korrekt? Ja, also die Wissenschaft des menschlichen Handelns sozusagen und rein auf allgemeingültigen Aussagen, die jetzt keiner Ideologie unterliegen, sondern rein logisches Schließen von allgemeingültigen Aussagen. Und das führt natürlich dazu, dass man keine quantitativen Aussagen machen kann, also wie viel jetzt genau von irgendwas die Effekte sind, sondern nur ob etwas sinnvoll oder nicht sinnvoll ist, bevor man es ausprobiert. Und ja, deswegen denke ich, ist Sound Money, wenn man weiß, verstanden hat, was es ist, das ist wie so ein Fels, der an dem dann schwierig gerüttelt werden kann durch andere, die mit Ideologien in die Ecke kommen. Das kann man sich gut vorstellen, sehr schöne abschließende Worte, Fels in der Brandung sozusagen, der große Fels immer. Na, sehr schön, also mich hat das sehr gefreut, ich habe das sehr genossen, Jörg, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für das Mitteilen deines Wissens, deine Expertise und wirklich auch diese Puzzle-Teile auch ein bisschen auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, vor allem auch die Newbies, die Anfänger, Anfängerinnen, ja, zu verbinden. Und ja, ich würde dich gerne mal vielleicht in naher Zukunft auch bei Panel-Diskussionen oder, sagen wir da, Diskussionsrunden mit anderen Bitcoiners oder Experte, Experte in ihrem respektiven Feld einladen, was mich sehr freuen würde, wenn du da auch dabei wärst. Ja, okay. Dann herzlichen Dank und ja, wir hören uns und sehen uns bald hoffentlich mal wieder vielleicht bei einer Value-Bitcoin-Konferenz. Ja, genau. Also, mach's gut. Jörg, alles Liebe. Dankeschön. Ciao. 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 Ciao.